hallo und herzlich willkommen ich bin heute auf die jagd nach dem ticket und heute kommt so dann werde ich erst mal schnell installieren und ich sag mal bis gleich da wenn man wieder schnell installiert war 100 megabyte groß ungefähr ich denke mal jetzt kommen noch die ganzen updates ich glaube das spiel hatte ich noch nicht gehabt hier wo es sagt mir jetzt nichts oder hatte ich das schon ich 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 Okay. Also später kann man anscheinend bis zu fünf Leute haben. Also später kann man anscheinend bis zu fünf Leute haben. Also später kann man anscheinend bis zu fünf Leute haben. War alles richtig gewesen, was ich gemacht habe. Hätte ich nicht gedacht. Ich war so an Überlegen, dass er vielleicht davon überrollt wird und stirbt. Aber es hat ja auch so geklappt. Also... ... 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 Zeit, so wie es aussieht. Da kann Musik ein- und ausschalten. Ich lasse die Musik jetzt mal drin. Zupi, zupi, zupi. Okay. 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 Hm. Hier ist ein Geschenk aufgezeichnet. Oh, das ist auch richtig. Da ist ein Geschenk. Da ist auch ein Geschenk. Hier ist auch ein Geschenk. Hier ist auch ein Geschenk. Dann gehen wir in die Kampagne wieder ein. Machen schnell die Quest noch fertig und dann müssen wir ja auch fertig sein mit die 10 Minuten. Oh, das war jetzt so fertig. Gut, dann machen wir mal ein Kampf. Das geht ja ganz schnell. So, ich werde mir jetzt mein Ticket abholen. Und dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.